Um den Calliope zu programmieren, gehe ich in meinen Browser auf die Calliope-Webseite calliope.cc. Dort finden wir unter Programmieren, Editoren, verschiedene Programmierumgebungen. Wir beschäftigen uns in diesem Kurs aber mit dem Editor MakeCode. Alternativ könnt ihr den MakeCode-Editor auch erreichen, indem ihr in eure Adresszeile makecode.calliope.cc eingibt. Hier können wir direkt loslegen. Auf der linken Bildschirmseite sehen wir den Calliope Mini, auf dem unser aktuelles Programm simuliert wird. In der Mitte haben wir unseren Blockbereich. Dort finden wir alle Programmierbefehle, die wir für den Calliope Mini benötigen. Der große weiße Bereich ist unser Arbeitsbereich. Dort wird das Programm erstellt. Hier sehen wir schon ein Programm, welches aktuell auch in der Simulation ausgegeben wird. Es wird abwechselnd ein Smiley bzw. nichts angezeigt. Wir können diese Blöcke auch einfach bewegen, zum Beispiel den unteren Block Zeige-LEDs, indem ich ihn mit der linken Maustaste anklicke und diese gedrückt halte. Jetzt kann ich den Block irgendwo in meinem Arbeitsbereich ablegen oder ihn nach links ziehen, um ihn im Mülleimer zu löschen. Wenn an einem Block noch etwas dranhängt und ich den obersten dieser Blöcke bewege, bewege ich die unter ihm gleich mit. Wie jeder Profi-Programmierer beginnen auch wir mit der Anzeige des Textes Hallo Welt. Beginnen wir unser Programm, indem wir uns nochmal aus der Gruppe Grundlagen den Block dauerhaft holen. Dies funktioniert ebenso wie das Löschen per Drag-and-Drop. Da wir einen Text anzeigen möchten, nehmen wir ebenfalls aus der Gruppe Grundlagen den Befehl Zeige-Text. In das kleine Feld schreiben wir nun unseren Text Hallo Welt hinein. Dieser wird auch direkt vom Simulator ausgegeben. Um unser allererstes Programm zu speichern, geben wir ihm hier unten in dem Kästchen noch einen Namen und klicken auf das Speichern-Symbol. Das Programm wird im Ordner Downloads als .hex-Datei gespeichert. Dieses könnt ihr nun auf euren Calliope Mini verschieben, welcher wie ein USB-Stick mit dem Namen Mini angezeigt wird. Zurück zu unserem Programm. Im Simulator sehen wir, dass unser Text Hallo Welt immer wieder wiederholt wird, der sich in Dauerschleife befindet, solange der Calliope noch mit Strom versorgt wird. Wenn wir möchten, dass unser Text nur einmal angezeigt wird, zum Beispiel nach dem Drücken der Taste A, benötige ich aus der Gruppe Eingabe den Befehl wenn Knopf A gedrückt wurde und schiebe den Block Zeige-Text an ihn dran. Jetzt zeigt uns der Simulator nichts mehr an. Erst wenn ich den Knopf A im Simulator drücke, wird unser Text angezeigt. Um das Programm zu erweitern, um beispielsweise noch einen Namen anzuzeigen, kann ich auch ganz einfach mit einem Rechtsklick auf den Block, wenn Knopf A gedrückt ist, diesen duplizieren, also verdoppeln. Dabei wird auch der Block Zeige-Text mit verdoppelt. Da der Calliope nicht zwei verschiedene Dinge machen kann, nach dem Drücken von Knopf A wird einer der beiden Blöcke etwas blasser und nicht mehr verwendet. Um diesen verwenden zu können, ändere ich in dem kleinen Feld das A zu A plus B und schreibe als Text noch Name in das Feld des Bausteins Zeige-Text. Im Simulator ist nun die Möglichkeit erschienen, beide Knöpfe gleichzeitig zu drücken. Dafür gibt es jetzt unten links den Button A plus B. Und wir sehen, Name wird nach dem Drücken des Knopfes auf dem LED-Display angezeigt. Der zuvor programmierte Teil funktioniert auch noch, wenn ich jetzt wieder den Knopf A drücke. Und so wird auch wieder der Text Hallo Welt angezeigt. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim selber programmieren und viel Erfolg.